Jöö, weiter geht's. Zack. Ein Archmage, ein Hokage. Ja. Gegner werden nicht zurückgeschmissen und du hast Probleme, Sachen zu lesen. Hokage ist eigentlich das einzig wahre, jedenfalls für eine Weile. Sonst kriegen wir echt nichts kaputt. Und wir haben 5000 Gold. Haben wir irgendwas? Moment mal. Ich erinnere mich gerade düster an letzte Folge zurück. Was für mich ja schon ein paar Tage hier ist. Hatten wir nicht gerade gesagt, dass Hokage doch nicht so toll ist? Und wir wieder was nehmen sollten mit mehr Lebenspunkten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh, das war falsch. Du nicht? Nein. 5000 Gold. Davon nehmen wir doch. Oh, das kostet schon 6155. Das ist Hammer. Mehr Lebenspunkte? Wäre schon praktisch, ja. Schlag nach unten. Chance auf Wiederbelebung. Ja, okay. 1 von 30 leben, das wird nie was. Warum drücke ich eigentlich immer wieder B? Heute ist irgendwas komisch mit mir. So, du, Lebenspunkte. Das muss reichen. So, du hast jetzt dreimal Blut saugen. Einmal beides saugen. Und sprinten. Fliegen kannst du wegen dem Umhang. Sonst müsste die Rüstung okay sein. Gut. Dann schauen wir mal, ob ich mich recht erinnere, dass der Hokage jetzt gut war oder falsch. Na, 25 Gold pro Ding ist ja schon mal schick. Konnten wir das eigentlich noch weiter ausstufen? Also, dass wir mehr Gold bekommen? Ich glaube gar nicht. Oh. Oh, ich wollte was testen. Und zwar, ob die Dinger hier zerstörbar sind oder nicht. Also, so wirklich hardcore getestet, habe ich das mir noch gar nicht. Also, ich werde jetzt jedes Mal auf die Dinger einhauen, wenn sie runterkommen. Auch wenn das ein wenig komisch aussieht und es gibt keine Geräusche oder irgendwelche Anzeichen, dass sie kaputt gehen könnten. Oh. Ne. Ne, ne, ne. Die gehen nicht kaputt. Naja, okay. Aber wenigstens habe ich das nochmal geprüft und dann ist es okay. ein Verbindungsraum, wo bestimmt Stacheln unten sind. Ja, ich kenne euch Räume doch schon. Äh, oh. Ist klar. Ist klar. Den Raum meinte ich erstmal. Das war ja richtig übel. Drei von diesen Riesenaugen und überall im Weg noch Gegner und was weiß ich. Genau die da. Ja, jetzt sind wir gleich tot. Haben fast nichts geschafft. Ah, es ist Hammer. Und kaputt. Ne, 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 ne. Hokage war nix. Ein Gegner getötet. Assassine-Spellsword wird nicht besser sein. Archmage, ne. Babankönigin mit einem fotografischen Gedächtnis oder ein Babankönig, wo HP und Mana vertauscht sind. Ja, da fällt die Entscheidung nicht schwer. Also, Königin. Kein Gold gemacht. Äh, Blutsaugdinger. Mh, nö. Keine Blutsaugdinger. Wir wollen Gold. 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 Äh, Gold. So. Und jetzt versuche ich, allen Gegnern auszuweichen, ein paar Kisten einzusacken. Weil wir müssen Sinn kriegen, entweder mit jedem Leben mindestens so 10, 12 Gegner umbringen zu können. Was jetzt ja schon eine echte Leistung ist. Äh, oder ein paar tausend Gold nach Hause zu bringen. Da oben wäre schon eine Kiste. Oh. So. Okay. Oh. Au, warum hast du mich getroffen? Weg, 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 weg. Au. Das war knapp. So. Oh. Doofe Eissplitter. So, alle Gegner besiegen. Äh, nein. Wir suchen jetzt schön leichte Räume, wo Gisten drin sind. Au, und Hühnchen. Sehr schön. Die Statue kann da bleiben. Was bist du eigentlich für einer? Ah, du schießt jetzt auch schräg. Okay. Damit kann ich arbeiten. Ja, so können wir uns natürlich auch schaffen. oh, 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 das wird langsam richtig zähe Arbeit, die Räume aufzuräumen, also nach und nach zu clean. Aber ich denke mal, wenn wir später alle unsere Fertigkeiten in der Burg ausgebaut haben, dann klappt das einigermaßen so. Level 215, level 211. Wo? Und dann komm, 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 okay. Unten ist ne Kiste. Hier kommen wir nicht nach unten. So, weg mit dir. Da ist ein weißer Wolf. Sehr schick. Da ist bestimmt ein Dingens mit bei. Oh. Oh. Ein Du-Was wollte ich sagen, aber nö. Low Forest. So. Ja, 8600 Gold. Das ist schon mal sehr gut. Auch wenn es nicht gerade sehr ehrenhaft ist, hier andauernd wieder wegzulaufen. Aber hey. K-Kah-Kah-Kah. Kann ich nicht ändern. So, warte mal. Geht's da oben weiter? Nö. Wollen wir den Stachelschaden riskieren? Nö. Oh, Mist. So, stopp. Wir wollen einfach nur links rüber. Gucken, was da ist. Ein leerer Raum. Oh, ein nicht ganz so leerer Raum. Komm, stimm. Oh, 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 oh. Äh. Wo können wir noch lang? Oh, nun könnte man nur versuchen mit dem anderen Raum. Ich glaube, es ist einfacher, als an der Pflanze vorbeizukommen. Hier ist auch eine Pflanze. Oh. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. So, Tagebueintrag. Nichts Neues, okay. Also auch im New Game Plus Plus gibt es da nichts Neues. Der Front. Also, vollkommen okay. So, der da sieht machbar aus. Jo. Nicht reinlaufen, die Dinger. Ja, so. 11.000. Also, Bobanen, Königin, zieht's mal wieder raus. Dich kriegen wir noch tot. Einfach hier verstecken. Zwei-, dreimal hauen. Oh. Stecken. Sehr schön. Ja, doch. Lebenspunkte sind momentan doch wichtiger als Schaden machen. Ich denke mal, es wird sich auch irgendwann wieder ändern. Wie sich ja doch recht vieles ändert in dem Spiel. Aber momentan ist das gut so. So, du bist schon mal kein komisches Bild. Heißt, wir können an dir einfach vorbei. Und euch könnten wir eigentlich umbringen. Auch wenn das sehr langwierig ist. Aber hey. Dann ist halt momentan alles langwierig. Zing. Zing. Oh. Sind nämlich mal eben so 600 Gold pro Ritter. Muss man da gucken. Wir haben jetzt 12... 12.700, so grob. Kritisch, kritisch, kritisch. Stimmt eigentlich. Krit Chance und Crit Damage könnten wir auch mal erhöhen. Also, 12.700. Jo. 650 Gold pro Ritter. Da gehe ich die 20, 30 Sekunden, die ich da brauche, doch gerne ein. Komm, drehe dich mal nach hier. Ja. Aber ja. Also, die Krit Chance und Krit Damage habe ich ja nicht so wirklich erhöht. Weil ich auf den Hokage gesetzt... Nein! Das kann natürlich auch immer passieren. Oh ja. Kurz den Satz zu Ende sprechen. Auf den Hokage gesetzt habe. Und der hat ja keine Krit Chance gehabt. Oder wenn, dann eine sehr niedrige. Aber jetzt, wo wir wieder auf Barbaren und Paladino umsatteln müssen. Macht es doch Sinn, das auch zu erhöhen. Und wir haben gekillt. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 Gegner. Neuer Rekord, glaube ich, für New++. Das heißt, Paladin wäre möglich. Ist Klein und Lich Queen. Paladin macht mehr Schaden, hält weniger aus als der Barbaren. Aber hat das Schild. Das Schild, das ich immer und immer wieder vergesse. Aber vielleicht jetzt, wo es so doll weh tut, im New++ Modus, werde ich es öfters einsetzen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, die hier kosten noch sehr wenig. Genauso wie Mana und Mana Schaden. Lebenspunkte. Lebenspunkte. Rüstung. Was haben wir noch so schönes? Hühnchen bringen 1% mehr. Zauberkosten weniger. 0,1 Sekunden mehr für 4000. Ich nehme mal Rüstung, Rüstung, Rüstung und irgendetwas anderes, was möglichst teuer ist. Also du. Oh. Wir sind Mini-Paladin. Also gleiches Spiel wie eben. Wir suchen Primärkisten. Oh. Und wir haben 400 oder 500 Lebenspunkte weniger. Also diese Prozentauswirkungen. Du änderst die Richtung, oder? Ja, tust du. Aber die Prozentauswirkung von Barbar und Paladin in allen Klassen, die wird halt immer radikaler, je höher die Zahlen werden. Weil es prozentual mehr ist. So. Du gingst ja noch. Aber für das Geld bisher könnten wir... Können wir uns nichts kaufen. Das ist echt ein ganz schön mieser Anfang. So, kriege ich dich kaputt. Oh. So, komm, stück. Okay, und jetzt durch die Knochen durch. Rüschchen. Wow. So. Oh, du bist der große Feuerballschmeister. Das ist okay. Oh. Ah, ha, ha, ha. Dafür sind die irre langsam. Oder macht nur drei. Das ist vollkommen okay. Ah, so. Und 2080 Gold. Hier war noch was zum Kaputthauen, oder? Nee. Dash, dash, dash. Ein Raum voller... Ja, ha, 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 ha. Komm, schieß. Okay. Garstig, garstig. So, die beiden Jungs da oben. Probieren wir mal. Oh, und ein Doom was. Der könnte mir Probleme bereiten. Genau, Doom. Kommt näher her, ich will euch beide treffen. Oh. Komm schon. Oh. Und noch mal. Nicht Doom was. So, beide tot. Den Doom was ignoriere ich. Da ist noch einer. Nein, nein, nein. Ich will das Gold noch einsammeln. Wow, 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 wow. Und tot. Ja. Aber auch acht Gegner. Wenigstens sind wir schon mal von den sechs Fiegnern weg. Ein Drache. Naokage, Space Sword. Wenn wir wirklich jedem Gegner ausweichen, wäre das Fliegen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich gebe dem mal ganz kurz eine Chance. Wir kaufen Lebenspunkte. So. Und dann hoffe ich einfach, dass ich so mehr Geschossen ausweichen kann, um schneller zur Kiste kommen. Wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Wir hatten ja genug Leben, wo wir eh schon nichts bekommen haben. Da macht eins mehr oder weniger auch nichts aus. Das macht eins mehr oder weniger auch nichts aus. Untertitelung des ZDF, 2020